Tiefgarage Lebensfunktionen kritisch Wir müssen herausfinden was sie hier tun. Suchen sie nach den entsprechenden Informationen Anscheinend nehmen sie hier alles was sie finden können und recyceln das. Das ist ziemlich clever. Das muss man ihnen lassen Markieren sie alles nützliche und ich bin ein Bergungsteam Hochwertige Spekstoffrückstände Verstärkung der Flussanz trifft ein Bewegung wir müssen den nächsten Raum sichern Bewegung zwei Flore müssen noch gesichert werden Gegnerisches Vorsignal abgefangen Die Wissen ist hinter mir Abgriffson durchs Planetarium Wir müssen die Kampf bitte schwingen Schwere Verwundung entdeckt Bei der unendlich Bleib weg Nimm das Nimm das Irgendwann Von mehr als 3,8... Mechanische Komponenten entdeckt. Agent, lassen Sie Isaac diese Teile scannen. Ich schicke ein Bergungsteam. Nehmen Sie Kontakt auf und das warb dann. Komponenten identifiziert. Verwendungszweck Raketenbau. Sie müssen eine Ummantelung aus dem Museum verwenden. Wenn Sie sie mit einem Sprengkopf und einem Antrieb versehen, brauchen Sie nicht mal mehr ein Leitsystem, um das Weiße Haus oder eine Siedlung zu treffen. Es sollte eigentlich klar sein, aber wenn Sie Raketen herumliegen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr benutzt werden können. Datenbanktreff verweist auf Bezeichnung LMR-90. Das ist dann wohl die Rakete. Bitte neutralisieren Sie das verdammte Ding. Mit allen Mitteln. Verdammt, das Bergungsteam ist gerade auf diese Verstärkung getroffen. Sie brauchen Unterstützung. Die Munitionsfabrik der True Suns ist außer Betrieb und Sie haben eine Menge Nachschub verloren. Und die Siedlungen können diese Werkbänke und Werkzeuge gut gebrauchen. Also war heute insgesamt ein guter Tag.